In diesem Video wird genauer auf Ageismus, Altersdiskriminierung im Zusammenhang mit dem täglichen Leben eingegangen. Dazu werden zuerst unterschiedliche Formen bzw. Ebenen der Altersdiskriminierung erläutert, bevor konkrete Beispiele folgen. Altersdiskriminierung kann sich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Aspekten zeigen. Es gibt die kognitive Komponente, die emotionale Komponente und die verhaltensbezogene Komponente. Zur kognitiven Komponente gehören Stereotype oder Vorstellungen und Überzeugungen, die einer Personengruppe mit einem bestimmten Alter zugeschrieben werden, etwa Schwäche, Gebrechlichkeit oder mangelnde Leistungsfähigkeit. Die emotionale Komponente beinhaltet Vorurteile und Einstellungen gegenüber dieser Personengruppe, die sich zum Beispiel in Zweifel, Angst oder Unsicherheit ausdrücken. Auf der verhaltensbezogenen Ebene finden sich konkrete Diskriminierungen von Altersgruppen, also Handlungen wie Ausschluss, Ignoranz oder nicht in Betracht ziehen für einen Job. Alle drei Komponenten werden sichtbar, indem ältere Menschen aufgrund ihres Alters anders wahrgenommen und behandelt werden. Dies zeigt sich einerseits auf der individuellen und der zwischenmenschlichen Ebene, andererseits aber auch auf institutioneller und kultureller Ebene. Ageismus betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern die gesamte Gesellschaft. Bereits ab vier Jahren beginnen Kinder, die von der Gesellschaft und Kultur vorgelebten Stereotype zu internalisieren. Sie greifen auf diese Stereotype zurück, wenn es um Emotionen und Handlungen in Bezug auf verschiedene Altersgruppen geht. Kulturelle Stereotype fließen zudem in die Wahrnehmung und das Verständnis der eigenen Person ein. Dies kann zu einer gegen sich selbst gerichteten Altersdiskriminierung führen, indem man sich selbst weniger zutraut oder von gewissen Aktivitäten absieht. Ageismus steht in einer Wechselwirkung mit anderen sogenannten Ismen, also anderen Formen von struktureller Benachteiligung und Stereotypisierung, wie beispielsweise Sexismus, Rassismus und Ableismus. Dieses Zusammenwirken wird Intersektionalität genannt. Um auf Ageismus im Alltag einzugehen, werden nun ein paar Beispiele erläutert. Ageismus betrifft sowohl jüngere als auch ältere Menschen und kann in vielen verschiedenen Situationen und Umgebungen gefunden werden. Einige Zeichen für Altersdiskriminierung sind, Personen werden aufgrund ihres sozialen oder ökonomischen Hintergrunds von einer Gruppe benachteiligt oder gar ganz ausgeschlossen. In Bezug auf Job bzw. Arbeit hängt Altersdiskriminierung oft mit fehlenden Beförderungen oder fehlenden Lohnerhöhungen zusammen. Allgemein haben von Ageismus Betroffene im Job weniger Vorteile, beispielsweise bekommen sie weniger bezahlten Urlaub. Stattdessen werden Menschen aufgrund ihres Alters gekündigt oder frühzeitig in Pension geschickt. Eine häufige Form von Ageismus im Alltag sind negative Kommentare über das Alter der Person. Eine weitere beispielhafte Form von Ageismus ist, dass gegenüber eingebrachten Ideen oder Input keine Wertschätzung und stattdessen Ignoranz gezeigt wird. Ein fehlender Zugang zu Lerngelegenheiten ist ebenfalls ein Zeichen für vorherrschende Altersdiskriminierung. Studien haben gezeigt, dass Stereotype über ältere Menschen oft damit zu tun haben, wie jüngere Menschen erwarten, dass sich ältere Menschen verhalten. Dies kann auch umgekehrt der Fall sein. Eine Form von Ageismus gegenüber jüngeren Menschen ist beispielsweise, dass sie keinen Job bekommen, weil sie keine Erfahrung haben, unprofessionell sind oder nicht geeignet sind für Beförderungen. Dieses Bild verdeutlicht die Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt und zeigt gleichzeitig auf, dass Altersdiskriminierung in allen Altersgruppen vorherrscht. Auf diesem Bild sind zwar zwei Frauen zu sehen, aber auch Männer haben oft das gleiche Problem. Während jüngere Menschen oft wegen mangelnder Erfahrung nicht eingestellt werden, werden ältere Menschen oftmals aufgrund ihrer nahen Pension oder anderen Gründen abgewiesen. Anhand der zuvor dargelegten Erklärungen und Beispiele kann man relativ schnell erkennen, dass Altersdiskriminierung allgegenwärtig ist, öfter vorkommt, als man es vermutet und so gut wie alle Altersgruppen betrifft. Denken Sie nach, ist Ihnen in letzter Zeit ein Fall von Altersdiskriminierung untergekommen, den Sie erst jetzt als solchen verordnen würden? Altersdiskriminierung